Mann, du schießt auf Baumwipfel. Ja, weil ich habe eben beide Sachen getötet, die ich gesehen habe. Und habe sie in der Tasche. Pienchen ins Muttihef. Ja, ne? Ich habe mir auch selber applaudiert, innerlich. Guten Morgen und willkommen zurück bei Subsistence. Wir haben die Nacht überstanden. Haben wir eigentlich nicht viel gemacht. Bisschen Kisten sortiert. So, wo es da steckt sich. Guten Tag. Taschen. Ja, mal gucken, wir wollen heute die Dietrich-Kiste suchen gehen und eventuell einen Stromspeicher bauen. Ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber wir haben ja nun auch schon die Raffinerie. Obwohl, die brauchen wir ja auch. Aber, ja, mal gucken. Wir gehen erstmal die komische Kiste suchen, wa? Aber nach links. Wir können ja den Stromspeicher bauen, dann kann sich der Strom wieder auffüllen. Naja, dann... Bis wir wieder hier sind. Ähm, wir brauchen... Äh... Na, bau du den doch ruhig. Mach. Sieben Metall. Sieht zwar dann... Aber das weiß ja jeder. Wie man den baut. Sechs und... Haben wir noch? Sieben Bretter. Haben wir die noch? Ja. Äh... Ach, scheiße, wir brauchen 500. Wir sind bei 444. Oh, ne, dann gehen wir erst los. Oh. Oh, schöner Sonnenaufgang. Kannst du mal zur Falle gehen? Vielleicht. In der Zeit. Vielleicht ist er bis dahin voll. Das ist drin. So schnell geht es nicht. Ich tauche hier mal kurz vor der Base. Vielleicht auch mal noch eine Alge. Hm. Ja, ist was drin. Muss bestimmt auch bald wieder reparieren. Nee, du kannst ja ganz gerne was essen. Schön. Ich brauche nichts essen. Ich bin voll. Mit dem Dings hier? Mit dem... Eiweiß ist... Ja, Eiweiß ist bei 95. 90 oder 90 oder... Okay. Okay, dann er meckt es. Ja, komm mal. War das so schön? Mhm. Für jeden, eh ne Alge. Und wir müssen dran denken, ab jetzt auch immer die, äh... Muscheln herzunehmen. Ja. Musst mir mal so eine scheiß Steine herzustellen. Weil für diese, äh... Solarzellen brauchen wir auch... Platinen. Und ich glaube... Ich glaube eh eine Platine brauchen wir auch immer eine Muschel, ne? Oder eine Perle. War halt nicht so. Ja. Okay. Hier schön mit... mit, äh... Sand zwischen den Zähnen. Hier. Ich schmeiß hier den. Kau, kau, kau. No. Bringt nicht viel, aber egal. So, ich trunken, Heiko. Wenn ich das esse, dann bin ich echt gut im Grün überall. Was sagt der Strom? Warte. Nee, ist 481. Winterbus noch neun. Ja, aber dauert. Zehn. Neunzehn. Neunzehn, ja. Jetzt hab ich das alte in der Tasche. Ja, dann müssen wir warten. Oha. Ich glaube, ich hab da drüben eine Kiste gesehen. Ich glaube, ich hab da drüben eine Alge gesehen. Hauptsache, das ist kein Baumwipfel. Nee, nee, diesmal nicht. Ja, stimmt, hast du. Mampfblech. Oh, geht. Nee, war keine Kiste. War ein Baumwipfel. Nee, nee, war eine Faser, aber deshalb renne ich da jetzt nicht rüber. Wenn die so für Entfernung sind, dann sehen die manchmal schon ein bisschen komisch aus. Die Fasern, bevor die richtig dargestellt werden. Okay, ist fertig, ich kann's bauen. Okay. Können wir in morgendlichen, meinen morgendlichen Badeausflug beenden? Stromspeicher. Und was braucht die? Als nächstes bauen wir einen Massenspeicher. Dann brauchen wir auf jeden Fall Solar. Sonst kommen wir ja nicht über die 500 und 100. Weißt du, weißt du? Ja. Okay. Wo krempeln wir denn hin? Egal, erstmal, wahr? Geh hinter? Ach, nee, weit weg gehen wir nicht. Hier irgendwo, wo der hässlich ist. Ja. Ein nächstes Hof. Störtet beim Angeln. So, dann gehen wir mal, wa? Mit dem Dietrich. Ja, ja. Hier rüber. Schön unten am Ufer lang. Mal sehen, mal sehen. Hoffentlich finden wir auch einen. Ja, letztes Mal lagst du da. Da hatten wir gegen Dietrich. Jetzt haben wir an Dietrich liegt keine Kiste. Genau. So wird es kommen. Oh, da ist ein Wolf. Und da sind Fasern. Oh. Da ist eine Möhre. Hm, ich sehe sie. Hm. So einen großen Bogen müssen wir machen, ja? Naja, da sind... Da können wir auch schwimmen können eigentlich, wa? Ja, aber hier hat man ja mehr Chancen, dass irgendwas rumgammelt. Oh. Ein bisschen. Das ist ein Ölsch. Ja, und wenn du sie brauchst, wieder? Ach so, wir brauchen ja auch Kleber. Hm. Oh, wir hoffen, dass in der Dietrichkiste, wenn wir ihn finden, auch Kleber drin ist. Oh, hier sind viele Fasern. Wo ist denn der Wolf? Oh, da. Okay, kommt er hier schon her? Hm. Ja, kommt er. Ich habe ein Häschen geschlachtet. Schön. Ich treff die, oh. Hallo? Jetzt schwimmen wir aber. Ja. Da ist nichts für dich dran, ey. Im Wasser kannst du nicht fliegen. So. Ich habe umrundet. Faser. So, such die Kiste. Na, hier noch nicht. Faschisten. Hähnchen. Hab ich geschlachtet. Schöne Hähnchen. Hähnchen ist schön. Mhm. Schroffel ist das noch. Das lebt so ja noch. Ihr könnt es noch irgendwo einpflanzen. Ja. Hähnchen. Da ist ein Häschen. Hm, lass mich lieber. Ja, ich dachte, du schießt nicht. Ich muss so berghoch schießen. Ich kann es nicht genauer sehen. Muss ich auch. Nur die Öhrchen, habe ich gesehen. Und du schießt auf Baumwipfel. Ja, aber ich habe eben beide Sachen getötet, die ich gesehen habe. Und habe sie in der Tasche. Bienchen ins Motiv. Ja, ne? Hab mir auch selber applaudiert, innerlich. So, jetzt wird's spannend. Muss ich stehen bleiben, wenn du schon wieder zierst? Ja, das war ja leicht. Den hätte ich mit der Handtisch an. Hm, ganz bestimmt. Der war ja ganz dicht. Ich habe drei Viecher schon in der Tasche. Ich muss noch erinnern, weil das ist zu dicht am Wolf. Nee, rennt auch weg. Nee. Dicht am Wolf wollen wir nicht. Kiste, Kiste. Scheiße, ich ist bestimmt keine mehr. Oh, Wolf kommt. Ja, Möhre. Willst du die? Ich bin halb voll, über halb voll. Das stimmt nur ein Samen. Ja. Okay, das ist ein Wildschwein. Das ist nicht so schlimm. Geh mal zum Wasser runter. Okay. In Richtung Magenbau. Manchmal liegt die da auch. Oh, viele Fasern. Eins. Zwei da hinten ist unerinnerbar. Geh gesehen. Kiste. Aber nicht niedrig. Bau. Bau ist gut. Scheiße. Und was knut. Hast du neu gekriegt? Ja. Aber ich glaube... Ich weiß nicht, was hinter mir jetzt läuft. Musst mal gucken. Gar nichts. Nee. Mh. Mh. Bin nicht spannend. Na. Obwohl, die letzten zwei Tage braucht man nicht alle. Ich hab jetzt auch drei Tiere in der Tasche. Wo ist die Dietrichkiste? Okay, Faser. Schon komisch. Ächchenlein. Ich noch schieß auf ein Äch. Nee. Noch ne Faser. Noch ne Faser. Oh, der schnauft aber. Ach nee, das wird Wildschwein. Mhm. Oh. Oh, wat? Nee, Wildschwein. Rechts von dir, ja. Aber Dietrichkiste fehlt. Ist doch nicht dein Ernst. Kriegen wir schon. Wir haben ja noch nicht alt abgesucht. Wer? Exekina. Kunst. Brüllt der Bär dich an? Was? Brüllt der Bär dich an oder mich? Nee. Mich brüllt keiner an. Wat frisst denn der da? Ein Reh oder ein Wildschwein? Achso, das ist ja okay. Na, ich hab Nägel. Ich hab auch ne Baukiste gerade. Oh. Ich mag keine Nägel. Ich. Ich. Mann. Scheiße, der ist hinter mir. Oh. Wo bist denn du? Ja, das war ja dem Fluss lang. Du brauchst nicht zu mir kommen. Ich will damit nichts zu tun haben. Oh, weil ich hab 60. Ich. Wo gegen hin? Ich. Oh. Angst. Ah, wir haben ja einen Respawn-Punker. Auf dem komplizierten Berg klettern. Aber er ist alles in der Tasche weg, wenn du stirbst. Auf dem komplizierten Stein klettern. Guck mal hinter mich. Ja. Zehn. Ist er da? Oh, er schreit. Ja, ich hör ihn. 40 heik noch. Komm. Okay, grenne. Grenne. Um den Stein. Irgendjemand, der sei so um den Stein drin. Ja. Alter, der geht nicht weg, wa? So. Das ist auch nichts von mir geteilt. 27. Der geht nicht weg. Ich kann machen, was ich will. Jetzt noch ein Stückchen. Und dann das so. Ja, aber ich kann nur noch 18. Scheiße. Aber ich war voll. Und, und, und? Reizen? Ja, das hast du gut. Ja, lauf, 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 lauf. Das ist gut, du kannst auffallen. Ja, ja, ich nehme den Rest noch mit hier. Ist gut. Ja, mach. Du kannst auffallen, ja, ja. Das war anstrengend. Das war knapp, wa? Ja, ja. Sechs hatte ich noch. Ja. Ja. Jetzt konnten wir da oben den Berg ja nicht absuchen. Aber ich habe relativ alles abgesucht da oben. Oh, gründlich schon wieder. Bei mir nicht. Ja, die Drichkiste war nicht da, wa? Dann. Na doch, die ist schon noch irgendwo. Wir gehen noch mal zu dem Mahnenbaum da hinten. Okay. Und da so ein bisschen rum. Ich bin noch wieder voll, also ist okay. Ja, aber das hält nicht lange an. Warte mal. Was brauchst du denn dringend? Nicht. Ich habe betet halb voll. Über halb voll. Ja, aber das wäre jetzt nicht so nötig gewesen. Also ist okay. Wenn du dann doch noch mal rennen musst, vielleicht machte ich das aus. Das klingt ein bisschen. Weil hier konnten wir ja vorhin nicht lang bringen. Rechts, links, Bär? Bär. Tasche? Auf Fasern läuft die, ich habe schon 19. Schön. Ja, wenn man nicht so verbissen darauf ist. Neh mal noch die Made hier mit. Feld endet eher ins Auge. Komm, die wird es ja wohl liegen jetzt. Unten wo man da hinten ist, schon überall. Wie war es, wir schon suchen? Ja, also mit dem Bär. Hätte ich gesehen, glaube ich, wenn ich über eine Kiste gehüpft wäre. Manchmal liegen die auch so eklig im Busch, versteckt. Ja, manchmal kommen sie auch erst, wenn man dran vorbeiläuft. Okay, Wildschwein ist okay. Na, das soll nicht so dicht kommen. Nee. Vorne ist Bär. Der andere Bär war hier auch irgendwo, oder? Vorhin. Ja, den hat ja mit einer Unkne. Immer wieder zu ihrem... Ja, aber die laufen da immer wieder so ein bisschen in ihren alten Umkreis so zurück. Da gibt es doch nicht. Ne, ist wirklich keine da. Da ist noch eine Baukiste. Malkräuter. Ah, die Baukiste nehme ich hier noch mit. Scheiß auf den Schwein. Ach so ein Bär, oder? Nee. Keine Dietrichkiste. Keine. Gasthütz-Spiele. Oh, fucken Wolf. Der ist hinter... Renn da hinter mir? Nee, wa? Club nicht? Nö. Tja, erfolglos. Scheiße. Da kommt er. Fuck, fuck, fuck. Mann. Nee. Scheiß. Kiste. Das war ein anderer Tag probieren, bringt nichts. Vielleicht ploppt es ja doch noch irgendwo. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht. Wir suchen schon intensiv, finde ich. Ja. Was grunzt. Der Bär hatte Dreh gepresst. Okay. Das darf er. Das ist unser Kleber von den Geweilen. Der darf gar nichts. Der darf sterben. Mal mit acht Pfeilen schaffen wir Glück. Doch, könnte sein, dass wir ihn schaffen. Aber das Risiko, mal die Kurve nicht zu kriegen... Naja. Der Club, in dem Spielstand, bricht ja die bestimmt ganz schnell die Füße. Ja, unter den Nick. Danach, ja. Erst fußt in den Nick. Ja. Da ist ein Wolf am Ufer. Wo bist du denn? Am Ufer. Da ist ein Wolf am Ufer. Boah, hier ist eine Kiste. Aber okay, nur niedrig. Muni, ihr. Shit, ich hab gedacht, wir kriegen die. Färben wir mal in die andere Ecke gegangen. Die hat mal bestimmte Kiste. Nee, die ist immer am seltensten. Ja. Aber wir haben schön viel Fasern. Guck. Ja, 28 hab ich. 21. Ah, scheiße, der Geräusch ist am Ufer. Und am Ufer sind zwei Veggie-Dinger. Geil. Geh nach Hause und macht das Fleisch auf den Grill. Enthalten die uns die schöne Kiste vor. Tja. Subsistence ist eben eine Bitch manchmal. Das stimmt. Fast hätte ich auch gehabt. Ja, war knapp. Ach so, gedacht. War scheiß, war Teig im Rucksack. Oh nee, alles weg. Oh nee. Ja, nee. Also ich hab eigentlich drauf verlassen, dass der irgendwann mal ablässt. Ich hätte gedacht, auch nicht schon wieder Ecke. Oh nein, nicht schon wieder Ecke. Nee, wirklich nicht. War ganz entspannt. Hab mich noch sehr belebt gefühlt. Noch siebte, noch elf, noch sechs. War total entspannt. Große Augen, die immer zwischen Ausdauer und Ohr, also nach Hören und Höraufschlag. Die lassen doch echt spät ab, ey. Ja. Wir müssen uns ein bisschen mehr pushen. Alter, ist jetzt der Dreck hier oben wirklich in Sichtweite aussehen? Eben hat es noch gebrannt. Kurz davor sehe ich nicht mehr brennen, aber mal gucken. Ich bin das denn nahe. Ich könnte doch mal gucken, die noch von einer anderen Seite. Ich geh nur schnell was brutzeln. Nee, der Ofen brutzelt. Muss ich für mich angeln, ne? Nee, drei Stück. Ich hab drei Stück, hallo? Okay. So, erst mal was auf dem Grill packen. Trinken. Neues Wasser holen. Jupp. Was sagt das Beet? Na, da kann auch nicht viel passiert sein. Nee, aber wegen Uffüllen. Achso. Morgens hatte ich ein bisschen was drinne, Aaron. Ding, Mann. So. So, und dann bringe ich dir nachher noch ein Fleisch. Oder du kommst her. Ich hab den in der Tasche. Ich hab vier Federn. Dann haben wir Nägel. Dann haben wir das hier und das hier. Ja, halt. Das auch noch. So, ein Karottensamen, ein Marder, ein Stoff. Fast. Und Fasern. So, eins, zwei, drei. Dann packe ich noch Wasser hin. Das kriegt man. Dann esse ich hier von ihnen. Wie viel bist du mit Essen? Mit Eiweiß? Gelb. Also knapp unter der Hälfte. Wo bist du denn? Dann iss mal, komm. Ich bin weit weg. Ja. Aber so weit solltest du jetzt nicht weg sein, wenn ich das Essen habe. Naja, tut ja nicht so schnell schlecht. Sagst du mir. Hoffe ich. Muss mich mal recken. Ähm. Nun komm. Die Tüte essen. Ah, ich bin noch verrückt. Ich geh nochmal kurz nach ne Alge hüpfen. Oh, hier ist echt wenig. Ja, und dann spawnt eben Sandsteine oder so, wenn du mal ne Alge wegmachst. Aber gut. Wir müssen uns dann stellen. Müste man die eigentlich auch weghacken. Mal geht's auch. Dann haben wir wenigstens ne Chance. Ja, Muschel, Sandsteine oder Algelein. Okay, so weit weg war ich jetzt nicht, aber in dem Umkreis, wo ich jetzt war, hinten an der Stelle, da war leider nix. Dann müssen wir einen normalen Ausflug machen, bringt er nicht. Ja, Mann. Ja, Mann. Scheiß'n Dreck. Keine Dietrich-Kiste. Na gut. Dann kriegst du wieder. Selbst das dann kriegst du wieder. Obwohl, wir haben schon fast 70, also meine Ausdauer ist bei 68. 67. Kalium, halt Kalium könnten wir uns einschmelzen. Ja, klar. Und dann irgendwann mal hier Sheezy-Sheepang-Puff zurück draus machen. Okay, wir tust da. Seh'n Dich. Kommt zurück zum Essen. Oh, ist da eine Baukiste. Hm, schön. Direkt vor der Tür. Nägel wären gut. Ich hatte auch noch ein paar eben. Zwei Baukisten, glaube ich, gehabt. Okay. Hier. Was sagt denn Veggie-Zeug? Halb. Ja. Hier, tritt dich um. Kannst ja auch noch angeln, dann machen wir Eiweiß halt voll. Ja, sieht doch gut aus. Eiweiß ist bei mir jetzt so bei 40, 45. Der Strom ist schon wieder bei 445. Achso, schön. Läuft da, läuft da. Habe ich Quartariken an Erzen. Bisschen Kalium, bisschen Eisen. Schade. Ach. Wieso, was wolltest du denn jetzt noch bauen? Nee, Kupfer brauchen wir. So. Oh ja. Egal. Der Abend neigt sich dem Ende. Dann machen wir auch Schluss für heute. Genau. Und gucken mal, wir müssen morgen doch mal nach der Dietrich-Kiste gucken. Und dann schauen wir mal. Dass wir noch ein paar Erze finden. Ah, und dann ist morgen das Beet vielleicht auch fertig. Spätestens übermorgen. Ja, 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 ja. Aber trotzdem, versucht haben wir es. Ja, klar. Wenn es nicht wild, dann wild nicht. Gut, schön, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Ciao.